Ich traue mich nie, einen hohen Bonuspreis zu machen. Wir probieren es ja trotzdem. Kaufen, kaufen, papper, papper, freie Spiele kaufen. Ab geht's. Wenn nicht, denke ich an meinen Call beim letzten Mal. Ja, Dennis, deswegen habe ich es auch gespielt. Das habe ich noch in den Kopf gehabt, das hat mir ausgelassen. Ach so, das meinst du, der Chat-Erk. Ja, ja. Mega-Mass geht, glaube ich. Okay, Mega-Mass können wir dann auch noch spielen, kein Problem, Erk. Geh mal probieren. Schade, Röder, finde ich auch. So, die Pizza-Bäume verwandelt. Also, Hausmeister auch mal kaputt gemacht. Na, gib doch noch einen zweiten, ja. Wir haben doch keine Spins mehr. Oh, und verlängert. Mäsch, mäsch. Gibt zwei Spins, oder? Ja. Ja, ja. Ja. Na. Macht doch rein, ja, diese Werwölfe. Ein Gold in mir wieder. Vorletzter Spin. Und noch mal verlängert. Sehr schön. Mäsch, mäsch. Mäsch, mäsch. Noch mal zwei Spins oben drauf, sehr schön. Gibt gerade mal zwei, die bislang zusammenkratzen können. Schon gar nichts. Überall. Oh. Die Kerl ist durchgezogen. Es gibt das, 80 Grosche. Und die Hausdame auch noch verwandelt. Na, und noch mal Verlängerung. Mäsch, mäsch. Mäsch, mäsch. Mäsch, mäsch. Sammeltreiß geht da. Das sind vier Spins, oder? Drei. Alter Freund. Alter Freund. Den müssen wir jetzt knacken, aber den Kerl. Ja, mach doch, ja. Ja, zieh doch durch. Das ist mal in Ordnung hier. Wow, 640. Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Alter Freund, her. Nochmal ein 60er. Letzter Spin, komm. Knall nochmal, alter Freund, her. Wieder kurz noch knapp. 840 Tage ich mitgenommen bei Curse of the Werewolf. Heute stehen die Sterne super, ha? Guck mal. 9900 auf dem Tacho stehen. Wir sind schon wieder bei Start Balance von 10k. Mäsch, mäsch. Kaufe, kaufe, pappe, pappe. Nochmal kaufe. Der hat aber heftig oft verlängert. So was hab ich noch nie erlebt bei Curse of the Werewolf. Boah, ich hab's fertig gewonnen. Dankeschön, Levent. Pragmatik spielt schon nicht so, oder? Doch, natürlich. Digitieren. Der hat den Pizzaboy zerlegt. Aber dann, guck mal. Mit einem Wolf. Nein, jetzt raus hier bei mir. Klappt nur einmal der Korb. Das geb ich mir jetzt. Komm schon. Ah, Cosmic läuft bislang super. Muss man sagen, märsch, märsch. Vielleicht Cosmic hat uns auch vermisst. Cosmic. Bild Cosmic Show. Oh. 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 Zündung gemacht. Das war der letzte Spin. Ausdarm verwandelt. Und der Rote durchgezogen. 80 Tage. Märsch, märsch. Wir haben 88 auf dem Tacho stehen. Röder, siehst du das? Nochmal ein Guld in der Unverlängert. Wai, wai. Wai, wai. Servus, Benjamin. Grüß dich. Dankeschön. Schönen guten Abend wünsche ich dir. Oh. Das gibt auch ein bisschen. Der bist doch mit den Rauten. Ach gut, ach gut. Mösch, mösch. Achtung. 480, alter Freund. Mein lieber Mann, und gleich noch einmal. Und gleich noch einmal. Sehr schön. Was gibt es noch einmal? Und noch einmal 250. Fein. Wieder 800 mal geknackt hier. Komm schon. Letzter Spin. 841, alter Freund. Brutal. Balance steht auf 10.500. Bis zum nächsten Mal.